Was wäre für dich das Schlimmste? Sinnlos zu sterben. Und das Beste? Sinnvoll. Für die Toten von Berlin ist unsere Regierung verantwortlich. Hier kommt von uns, profitiert von unseren Drogen. Es ist ein Pauzokru de Bonn! Pauzok! Wer seid ihr genau? Wollt ihr wissen, wer wir sind? Wir sind das neue Europa. Was ist dir? Sie hat bald einen Angriff. Oh mein Gott. Es ist alles so traurig. Nicht mehr so glücklich. Die Mama ist tot. Sie ist tot, ja? Hör auf, Damme, Damme! Ich werde nie wieder auf, Damme, Damme! Ich werde nie wieder auf, Damme, nie wieder! Wir schaffen etwas, das überall Europa wird gehört. Das wird die letzte Strahlung. Kauziktak! 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 Wir klären dich Krieg. Wollen wir Schafe sein? Wollen wir Wölfe sein?